Ich will etwas tun, aber niemand scheint damit glücklich zu sein. Ich finde, Sie sollten nicht von den Leuten verlangen, dass Sie herkommen und alles Mögliche machen. Dann machen Sie es und sind trotzdem noch nicht gut genug. Finden Sie das in Ordnung? Vielleicht tun Sie nur Ihren Job, aber warum wollen Sie verhindern, dass ich meinen tue? Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht, Nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man lesen. Das müsste immer Musik da sein. 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 Das könnte letzte Mal ein Video. Ich finde Sie nicht so gut. Das müsste immer Musik da sein. Das müsste aber nichtitsan. Das ist ein paar Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.